Mobilität und Flexibilität sind der Anspruch unserer Zeit. Die Anforderungen werden immer umfangreicher. Technik soll nützen und sicher sein. Die Bahn ist als Transport- und Verkehrsmittel aus der globalisierten Welt nicht mehr wegzudenken. Die steigende Geschwindigkeit setzt immer neue Anforderungen an die sicherheitsrelevanten Bauteile. Rollendes Bahnmaterial vom Leichtscheibenrad bis zu ganzen Radsätzen sorgt auf der Schiene für Mobilität. In der Entwicklung und Fertigung solcher Sicherheitsbauteile sind die vier Unternehmen des Geschäftsbereichs Bahntechnik der GmbH-Gruppe weltweit führend. Die Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH, die Radsatzfabrik Ilsenburg GmbH, die Bahntechnik Branderbisdorf GmbH und die MWL Brasil Rodas und Eichos LTDA sorgen mit ihrem Know-how und ihrer technischen Kompetenz für Bewegung und Sicherheit auf den Schienen. Die MWL Brasil ist der einzige Hersteller von geschmiedeten Rädern für den schienengebundenen Güter- und Personenverkehr in Südamerika. Neben Rädern für den Eisenbahnverkehr werden auch die entsprechenden Radsatzwellen nach individuellen Kundenwünschen geschmiedet und mechanisch bearbeitet. Nach Kundenanforderungen montieren wir Räder und Radsatzwellen zu Radsätzen. Die Herstellung von Kranrädern, Laufrollen und Rohlingen für Getriebezahnräder gehören zum Fertigungsprogramm. Mit einem 35 Tonnen Elektroschmelzofen sind wir in der Lage, auch für kleine Losgrößen, höchsten Anforderungen entsprechenden Stahl für die eigene Produktion herzustellen. Die Bahntechnik Branderbisdorf schmiedet und walzt Rohteile und liefert mechanisch vorbearbeitete Halbzeuge nach den unterschiedlichsten Kundenanforderungen. Auf unserer Langschmiedemaschine stellen wir vornehmlich Radsatzwellen für den modernen, schienengebundenen Nah- und Fernverkehr her, aber auch andere glatte und abgesetzte Wellen. Diese Teile werden in unserer Werkstatt mechanisch bearbeitet. Die Bochumer Verein Verkehrstechnik ist ein weltweit führender Hersteller von rollendem Bahnmaterial für den Nah- und Fernverkehr. Wir entwickeln, berechnen, konstruieren und fertigen nach Kundenwunsch komplette Radsatzsysteme und Einzelteile wie für den ICE 3 sowie leichte, leise, gummigefederte Räder. In der Warmformgebung produzieren wir auf Schmiede- und Walzanlagen Räder der unterschiedlichsten Spezifikationen. Die in der Schmiedepresse vorgeformten Radrohlinge werden anschließend im Räderwalzwerk auf ihre Rohmaße ausgewalzt. Die mechanische Bearbeitung hat eine Vielzahl von hochmodernen Zerspanungsanlagen, um den hohen Genauigkeitsanforderungen gerecht zu werden. Alle Produkte werden auf Präzisionsmaß gefertigt. Unsere Radsatzfabrik in Ilsenburg fertigt unterschiedlichste Radsätze für Schienenfahrzeuge aller Art. Das Leistungsspektrum des Unternehmens ist vielfältig. Vom Laufradsatz für den Personen- und Güterverkehr über Treibradsätze für Lokomotiven und Nahverkehrstriebzüge wie S- und U-Bahnen bis hin zu diversen Sonderradsätzen für Schienenkrane und Arbeitsmaschinen reicht die Palette. Die Radsätze werden nach den Anforderungen des Einsatzzweckes mit Radscheibenbremsen, Wellenbremsscheiben, Hohlwellen oder Antriebselementen und Getrieben ausgerüstet. Für den Hochgeschwindigkeitsverkehr können Radsätze mit dem massereduzierten Original Ilsenburger Leichtvollrad bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 300 kmh eingesetzt werden. Die Ausrüstung von Zügen mit Hochgeschwindigkeitsradsätzen mit dem Leichtvollrad unterstreicht die Kompetenz unseres Unternehmens. Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen, prozessbegleitenden Qualitätsüberwachung. Die Prüf- und Überwachungsmaßnahmen sowie die Dokumentation der erzeugnisspezifischen Daten entsprechen den hohen Anforderungen an die Lieferanten von sicherheitsrelevanten Bauteilen für den Schienenfahrzeugverkehr. Der weltweite Einsatz unserer Erzeugnisse erfordert bei der Qualifizierung unserer Produkte eine Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten internationalen Zulassungs- und Zertifizierungsgesellschaften. Die Einhaltung und Umsetzung der Qualitätsanforderungen unserer Kunden sowie die Erfüllung unserer eigenen Qualitätsansprüche werden durch unsere geschulten Mitarbeiter laufend überwacht und kontrolliert. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden arbeiten wir kontinuierlich an der Neu- und Weiterentwicklung von Bauteilen, um die vielfältigen Anforderungen unterschiedlicher Märkte zu erfüllen. Hierbei stehen immer die technologische, ökonomische und ökologische Optimierung der Bauteile im Vordergrund. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Verbesserung der Stahlgüten und Schlagschutzsysteme an Radsatzwellen. Ob Radkörper, Vollräder, Radsatzwellen oder ganze Radsätze, die Unternehmen des Geschäftsbereichs Bahntechnik liefern Produkte nach Maß. Höchste Qualität für anspruchsvolle Kunden. Wir bewegen Zug um Zug.